Schweine auf Spaltenböden, eingesperrt zur Turbomast. Gensoja bis zum Horizont. Regenwald wird gerodet und Kleinbauern werden vertrieben. Flugzeuge sprühen Glyphosat, die Allzweckwaffe der Agroindustrie. Ein wahrer Keller der Natur. Das ist eine Landwirtschaft, die Mensch und Umwelt schadet. Die einzig dem Prinzip folgt immer mehr, immer billiger. Und die keine Zukunft kennt für kleine und mittelständische Bäuerinnen und Bauern. Doch eine andere Landwirtschaft ist möglich. So wie hier auf dem Biohof in Brodowien. Ich will, dass es den Tieren gut geht und die Umwelt geschützt wird. Ich will eine Landwirtschaft, die auf Nachhaltigkeit und Vielfalt setzt. Dafür müssen wir jetzt umsteuern. Für eine Zukunft ohne Massentierhaltung. Es braucht eine Agrarwende, damit Bäuerinnen und Bauern faire Preise bekommen. Sie sind das Rückgrat einer grünen Landwirtschaft. Regionalität statt TTIP und CETA. Bio statt Glyphosat. Tierhaltung statt Tierquälerei. So stelle ich mir die Landwirtschaft der Zukunft vor. Die Agrarwende ist möglich. Handeln wir jetzt. Tierhaltung statt Glyphosat. Die Agrarwende ist möglich. wir jubben Die Agrarwende. Fall ist ein haul daughter und ich bin wenn ich es nicht mehr rappresult 여기 kann. Du bist ein passaboränder und alle jubben Sie Auto wurg. Bei Sendung im Champion stop im Ab nicest einmal. Dihängung hinzu und wird das noch besser und freigengst. Ich habe mein vorbei.